Beim Squat-Jump wird die Sprungkraft bei einem Sprung aus der Squat-Position ohne Ausholbewegung gemessen. Der Athlet stellt sich mit einem beidbeinigen, hüftbreiten Stand und mit gebeugten Knien auf die Kraftmessplatte und stützt die Hände in die Hüften. Der Athlet versucht ohne weiter auszuholen, möglichst hoch zu springen. Die Landung erfolgt mit beiden Füßen auf der Kraftmessplatte. Der Test wird beidbeinig mit einem Versuch durchgeführt. Die Hände werden während des Sprungs nicht in den Hüften gelassen. Die Landung erfolgt nicht auf der Kraftmessplatte. Die Knie werden vor der Landung angewinkelt. Es wird eine Ausholbewegung ausgeführt. Die Lernung erfolgt von den Lernen und zum Beispiel mit dem Hüften glühende Musik confusion делать. Die Schmutz Krassen des Lerns beat担 cre fingertips.